Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Heute weiter mit der Hauptquest Der gefallene Berg. Begib dich zum Bitterklam. So, das wollen wir doch jetzt mal machen und wir sind auch schon ganz nah, Leute. Da oben, 143 Meter. So, schauen wir mal, ob wir da durchkommen. Verdorbene Maschinen? Nicht verdorben, aber sie tolerieren keine Menschen. Warum überrascht mich das nicht? Darf ich mal, dass wir da hochkommen? Okay, ich denke mal, ich muss da rüber. Okay. Zieh, Eloi. Hä? Vorher waren es noch 100 Meter, jetzt sind wir 94 Meter. Ach, begib dich zu den Ruinen von Gaia Prime. Okay. Und ich sehe schon alles leuchten da unten. Okay, Wächter, zerstörte Maschinen sind also schon down. Sehr gut. Pirscher, okay. Aha, der hängt da oben dran, ne? Dann wollen wir da gleich mal... ganz reindrücken. Okay, der hat mich anscheinend nicht bemerkt. Vielleicht kann ich den ja anlocken. Oder kann ich den vielleicht überbrücken? Okay, da ist ein Wächter. Okay, ich kann also nicht locken. Okay. Soll ich gerade sagen, geile Aussicht. Aber... Hier ist nur Nebel. Da sieht man nicht viel. Kann ich die Pirscher... Die kann ich doch überbrücken normalerweise. 520 Meter, wo ist denn das? Na, ewig weiter hoch. Ist ja Wahnsinn, ey. Okay. Lass mal schauen, ob er da hochkommt. Okay. Na, ist mal wieder klar, dass die Appenner kommt. Okay. Schauen wir, dass ich diesmal anders mache. Da,ir Trends. Ah! Bisher sind dich gerade hochkommt. tief aufkommt. Und jetzt geht um' denn. Oh, 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 oh. Okay, einer noch. Ähm, Wächter. Ich habe gedacht, die sind gleich down bei dem Einschuss. Ah, Vieh, Elendiges. Stürb. Bastard. Okay, das ist ein Pirscher. Ketten war mal ein bisschen an den Penner. Aber erst mal den hier. Stürb, du Vieh, du Elendiges. Mist, Vieh. Oh, Alter. Ah, komm her, komm her, komm her. Ah, fuck. Genau, seine scheiß Bombe reingerannt. Aber okay, alles klar. Krieg ich trotzdem. Uiuiui, wo ist er denn? Okay, wir sind ein bisschen zu weit weg. Ja, wir machen uns nochmal voll. Ich hoffe mal, dass ich den jetzt kriege. Wenn der denn herkommt. Na, komm her. Alter. 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 Okay, Baby. Stirb. Alter. Okay. Heftiger Kampf. Minute. So, dann schauen wir mal, ob wir vielleicht ein bisschen Medizin hier finden. Das wäre echt nicht schlecht. Gehen wir doch nochmal rüber da. Ja, das ist bloß die Markierung für die Pirscher, aber die sind ja schon down. Ne? Ich hoffe mal, hier kommt keiner mehr. So, machen wir es gleich mal voll. Sehr gut. So, weiter geht's. Auf zu den Ruinen. Immer schön, Heilung. Äh, wo sie jetzt sind? Hier hoch. Na, komm hoch. Hey, Loi. Zieh. Lagerfeuer? Wo ist das Lagerfeuer? Gehen wir jetzt da runter, oder muss ich? Ne. Ach, das wäre bloß der andere Weg von der anderen Seite gewesen. Okay. Hier hoch. Ich hoffe mal, dass hier oben ein Lagerfeuer ist. Glauben Sie, dass Sie Gaia bewachen? Ich bezweifle, dass Sie überhaupt... Okay, da ist ein Lagerfeuer. Ist eher ein Instinkt, der Sie zu Ihrem Grab zieht. Scheiß, Fögel schon wieder. Ich werde mal schauen, dass ich speichern kann. Da würdest du mich nicht bemerken. Okay. Schon mal gespeichert. Sehr gut. So. Wollen wir mal schauen, wie wir die jetzt am besten erledigen. Eins, zwei, drei. Da habe ich... Der wäre natürlich geil, wenn wir den überbrücken könnten. Aber ich sehe hier nichts zum Verstecken. Da wäre was. Vielleicht können wir ja den anlocken. Dögen wir jetzt mal. Hey, warum kann ich denn hier nicht anlocken? Also das geht mir auch im Sack. Na bitte. Es schlägt. Jetzt saucht man nochmal. Vielleicht geht es ja jetzt. Wenn der hier nochmal rumkommt. Ich schätze mal, dass der bloß aus der Range war. Na, kommt er schon. Kommt so, Papa. Alles klar. So, und jetzt schnappt er die Vögel aus. Ja gut, das ist schon einer down. Kommt. WTF? 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 WTFt? WTF? So, jetzt spielen wir mal Fußball-Witz weg. Boah. Niiiice, das ist ein Scheiß. Ah, da. Oh, da. Genau, schnappen die ja. Boom! Mein Gott! Stürb, du Vieh, du Elendiges. Yo, Baby. Oh, ey. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Krass, ey. Hätte ich den jetzt nicht überbrückt, glaube ich, wäre das ein bisschen krass geworden. Mit gegen zwei so verwüster ist schon heftig. Aber Gott sei Dank ist genial. Und ich gehe aber gleich nochmal speichern, würde ich sagen. Gucken wir mal auch noch was, oder? Okay. So, speichern wir nochmal. Alles klar, weiter geht's. Okay. Mehr kann ich nicht tragen. Nehmen, okay. Das hält sich. So, schauen wir, was hier weiter geht. Der sagt mir hier entlang. Aber da war ich doch gerade, oder? Ah, ne, da geht's hoch. Okay. Wie komme ich jetzt da hoch? Ist da noch ein Weg? Bin ich hier wieder verkehrt gelaufen? Da ist ein Kletter-Vorsprung. Okay. Probe dir. Eloi, los. Zieh. Magst du nicht? Dann gehst du hier hoch. Geht auch. Oh, what? Oh, what? Ich will den eigentlich festmachen. Okay. Gegen was ist der? Erlergisch? Gar nichts. Scheint gegen gar nichts. Wo? Boah. Boah. Ja, das geht nicht. Nicht anders machen. Ich probier mal, ob ich den nicht sein Zeug runterschießen kann Was ist er denn? Irgendwo über mir What the fuck Okay Vielleicht kann ich ja den seine Teile abschießen, aber obwohl da steht Normal lässt es nicht gehen Dann probieren wir jetzt trotzdem Stimmt Ah, ich sehe ihn auch nicht Ein bisschen was kann ich ihm wegschießen What the fuck Ah, ich sehe ihn nicht Ah, ich sehe ihn nicht Ah, ich sehe ihn nicht Oh, Alter. Das wollte ich vermeiden. Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Auf jeden Fall bitte runterziehen hierhin. Das wird hier nicht helfen. Oh nein. 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 Oh nein.